orido waldmannsheil sportfrei liebe freunde der jagd ja was ist wichtiger denn je im wald auf der jagd oder auch beim bushcraften gute kleidung und die können wir euch bieten aktuell von blaser handtag schaut mal bei uns im shop vorbei aktuell stark preis reduziert denn wir brauchen platz für neue ware und da haben wir die vento jacke ja was soll ich sagen isolierend wärmend wasserabweisend winddicht modular das heißt sehr dünn hervorragend geeignet um noch etwas wärmere kleidung drunter zu ziehen werdet ihr aber gar nicht brauchen probiert es einfach mal aus schaut bei uns im shop vorbei das ganze gibt es natürlich auch noch in kamo also immer wieder reinschauen abonnieren folgen www.hs-aus.de oder auf instagram bis dahin waldmannsheil sportfrei